3 2 1 willkommen zu einer neuen folge Hannes Lückenfüller im Hintergrund seht ihr heute Call of Duty Vanguard wir haben das Haus gespielt mit einer 7 Mann Party war relativ lustig sehr sehr viel Spaß gemacht ich war dritter ich glaube von den Kills her war ich dritter mit 80 wir haben 2 Leute die 100 plus gespielt haben war sehr sehr cool, hat sehr sehr viel Spaß gemacht Runde endet für mich mit 80 zu 34 war auf jeden Fall sehr sehr cool, Kuss geht raus an die Jungs die das gerade mit mir erspielt haben ich lasse euch jetzt auch schon wieder alleine viel Spaß beim Gameplay und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal in weiter entfernt der Zukunft wenn es wieder heißt Hannes Lückenfüller, bis dahin, ciao ciao SWORD FLIT wir sind uns alle einig, dass wir nicht in die Zone gehen, ne? nein jetzt müssen wir wegen der Zeit die Zeit ja runter die Zeit ja runter ey Bär, come on! nein! nein! ah nein! Digger dieser Rückschuss von der Waffe ist so schrecklich also der visuelle осв war nein! du BASTARD Darf ich jetzt irgendwann auch mal meine Drohne zünden oder? Nein! Nein! Habe ich mir auch gemerkt! Genau in dem Moment, wo ich einen von hinten geholt von Geist, Alter. Aus Schick. Ich habe so Angst. Okay, da kommt jetzt alles. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass wir so viele Orbeys haben. Äh, dass wir so viele Drohnen haben. Hinter uns. Nein! Ach verdammt. Endlich! Ich darf durchziehen. Ich glaube, ich habe schon wieder kein Stim dabei. Ey, wie kann der hinter mir spawnen? Was? Es sind hier viele Leute. Na los! Nein! Oh! Digger! Nein! Kann ich nicht mehr aktivieren, weil er verbuggt Junge! Er liegt da hinten am Spawn, ich treffe ihn gerade nicht Ah, die ist doch wieder bei uns, hinten Das war ja ganz komisch jetzt Nein, genau das ist mir auch gerade aufgefallen Die drei im blauen Baum Ach, da wo die B Flagge sonst ist, spawnen jetzt gerade Oder sind sie gerade gespawnt Ah Oh, Alter Verlassend Nein 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 Ach Ich durfte meine Drohne einsetzen Nein Nein Weil die haben alle geil Nein und dann hinter mir mit Schrotflinte, ach, perfekt, im blauen Raum, ey, ich hab gerade auf den gezielt, nee, du Huren, ey, was soll das denn jetzt, hört doch auf, beim Treppenaufgang einer, also Drohne ist echt Schmutz, oder, oder, nein, hier kommt jemand von den, oh, schwierig, einfach Drohne, äh, einfach Drohne, vorgesst, geile Runde, eigentlich, der eine spielt schon in Schatz, einer ist ausgepackt, Ich hab grad nichts mehr gesehen, gell. Oh, Munition, die Glied. Eine fackst du ab, Alter. Ja, ich darf einfach keine Drohne mehr zu tun, perfekt. Beziehungsweise eher spielen. Nein! Nein! Jetzt sag mir nicht, dass die schon wieder hinter uns gespawnt sind. Die spawnen schon wieder da. Was soll denn das? Wieso spawnen wir auf der selben Seite? Nee, da spaw ich das. Die Kirgis sind oder hab ich die Art gerettet? Blauer Raum. Blauer Raum spawnen die? Vier Leute? Ist wohl der meiner da? Ja. Ja, gut. Das ist eine kleinere Dauer, ob ich Harmon einfach keine Drohne mehr gehen kann. Ja. 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 Klar. Also, ich sage ehrlich, in der Runde wären 200 Purs Gegenüber. Digger! Da kannst du nicht gegenkontrollieren. Nein, das geht jetzt ab. Nein, die ist noch ab. Gehen wir noch am Punkt. Nein, da war noch einer. Ja, das kannst du so nicht spielen. Geht raus aus der scheiß Zone. Nein, das sind nur aus der Sekunden. Ja, aber wir liegen vorne. Die müssen da rein. Ja, aber die gehen auch nicht rein. Geil, jetzt bin ich die letzten 14 Versuchen und ich bin gestorben. Ja, die sind drin. 2 Sekunden noch. Ich werde so nicht töten. Ich werde jetzt nicht den Typen da drin töten. Nein, nein. Ich habe den nicht gekillt, der ist aufsinn. 80. Das war doch okay. Ich habe locker 100 Tote. Ich habe auch nicht gerade wenige Tote. Also 80, ich habe bestimmt 81 Tote. Hä? Äh. Ja, ich habe einen Hauptmannabschuss. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, nein, tatsächlich. Oh, du willst. Verstehe ich jetzt gar nicht. 83 mehrfachabschüsse, Alter. Lobende Anerkennung einfach für den dritten Platz. Nein. 33 Tote nur? Äh, na? Ich habe mehr. 8 und... Nee, 34. 80, 34. Das ist absolut okay. Ich bin wenigstens Tote, by the way. Easy game. So ein单 Mann. Ich bin vielmeit. Ich bin echt.